November, der Monat still und dunkel. Von Kindheit an habe ich diesen Monat geliebt. Die welkenden Wetter an den Bäumen, das raschende Laub unter den Füßen und ja, auch die heiligen Feste aller Heiligen und das Gedenken aller Seelen. In unserer Familie und Pfarrgemeinde war es guter Brauch, in diesem Monat sich der Verstorbenen zu erinnern und für sie zu beten. Als kleiner Messdiener ging ich mit unserem Pastor der Kaplan zum Friedhof, nahm dabei Kreuz, Kerz, Weihrauch mit, mit meinen Kollegen, den Kleinen und Größeren, wir Messdiener und die Priester. Nachdem in der Kirche und auf dem Friedhof zunächst die Namen der Verstorbenen vorgelesen wurden, gab es eine Prozession über den Friedhof und die Gräber wurden mit Weihwasser besprengt. Der Beihrauchdampf, den wir als Messdiener mittrugen, vermischte sich mit dem feuchten Nebel, der sich auf die Gräber gesenkt hatte. Ich erinnere mich noch genau und fühle die mich damals umgebende Atmosphäre bis heute in mir, obwohl ich doch nun schon in einem Alter bin, wo die Erinnerungen verblassen. Diese aber sind mir geblieben. Ich frage mich, was war das, was mich so tief berührte, dass sich Bilder und Worte, ja auch Gefühle bis heute in mir erhalten haben. Jedes Jahr neu im November erinnere ich mich der Toten. Es sind keine traurigen Gefühle, die mich umweben. Im Gegenteil, es ist, als wenn ich in eine Welt eingeladen werde, wo ich die treffe, die ich gut kannte und die ich so lebendig nahe in diesen Novembertagen erfahre. Ihre Gräber sind für mich Lebenszeichen. Einige Lieder aus den Gottesdiensten damals kann ich noch heute singen. Es war ein großer Trost für uns, für uns Kinder und für die Erwachsenen. In fast allen Familien hatte es Kriegstote gegeben. Von ihnen sprachen wir nach dem Kirchgang und so wurde auch Erinnerungen geprägt, obwohl wir meist noch recht klein waren, um ein unmittelbares Erinnern in uns zu tragen. Es war wohl das heilende Gefühl, nicht allein zu sein mit der Erinnerung an die Toten. Die Erwachsenen beobachteten wir genau, sahen manchmal die Tränen über die Wangen rennen. Doch als der Pfarrer das Allerheiligste aus dem Tabernakel nahm und das Tantum Ergo anstimmte, war es, als wenn der Schmerz und die Trauer sich auflösten. Schon als Zehnjähriger bekam ich die Gewissheit dabei geschenkt, alles wird gut. Die Familie ging nach Hause und wir tranken nachmittags Kaffee. Diese Tradition bewahrten wir noch eine lange Zeit und wir schlossen dann alle Verstorbenen in unsere Gedenken ein. Ich habe es mir erhalten, im November einmal einen Friedhof zu besuchen, um den Friedhof als Lebensbotschaft zu verstehen. Eine Lebensbotschaft, die mich hoffen lässt, für mich, für alle, die ich kannte und für alle, an die niemand mehr denkt. Und